Paul träumt vom Umbau seines alten Hauses. Doch dazu muss er viele Dinge beachten. Paul wendet sich an die freundlichen Mitarbeiter der EZ35 Planungsgesellschaft. Diese scannen sein Haus mit modernster Laserscan-Technik. Durch Millionen Laserstrahlen ergibt sich eine Punktwolke, die anschließend mit Fotos überlagert wird. Daraus entsteht ein präzises Abbild der Realität. Aus dem Ergebnis wird ein detailgetreuer CAD-Plan erstellt, mit dem die Planungen begonnen werden können. Brandschutzkonzepte, Statik und Erneuerungen am Haus können jetzt einfach geplant und visualisiert werden. Der digitale Plan kann auch für Zukunftsprojekte weiterverwendet werden und Paul bleibt viel Zeit und Mühe bei neuen Projekten erspart.